...einsteigen kannst. Das kannst du im Game nicht machen. Das ist nur für die Fior. Ich hab den Stream auch nebenbei. Ich beantworte das dann mal. Sehr schön. Wollen wir jetzt mal irgendwann stehen bleiben? Nee, hinter uns ist einer. Schmeiß dir mal einen First Aid ein. Wir tun wieder. Oder wenn das noch läuft. Der hockt da hinter dem Stein. Siehst du den? In dem Gastrin? Nee, da hinten. Winkst du den Stein? Hinter dem dicken Stein. Ist das dein Ernst? Hat der dich jetzt echt erwischt? Ja. Und er hat 100% Wiesen, weißt du? Mit der AR-15. Das war ein Hit, den er gemacht hat. Ich verstehe das immer nicht. Durch Amor, durch alles durch. Ja, manchmal ist das ein bisschen komisch. Oh, ich hab ihn auch nicht gesehen. Da haben die Wiesen-Anschlüsse. Wow. Das ist ne Erdboff eigentlich. Das reicht's von mir, glaub ich. Okay. Okay, den Typen hab ich gecailt. Unter der AK, ich glaub schon. Das ist mein Auto noch ziemlich im Eimer. Was sind denn die anderen Typen? Müssen die doch irgendwo rumluten. Wie viele leben noch? Äh, vier insgesamt. Ist ja keiner im Busch. Oh, da oben kommen zwei Scheiße. Ist doch hier noch irgend so einer. Wenn man den Helm erwischt. Was? Wenn du durch so einen Busch wärst erhofft, einer überfährst du den dann? Ist der dann tot? Manchmal. Was sind die zwei Affen? Oh, einer ist erstickt. Einer noch da. Echt? Gucken wir mal, wo die anderen sind. Das Gas ist so, es tickt auf die Hölle jetzt. Noch einer lebt. Ey, ich hab den überfahren, der saß echt im Busch. Echt? Wow. GG. Nice hiding place. Also, de mierda. Come los huevos. Again, GG. Wir haben gewonnen. Echt? Ja. Lol. Das war jetzt aber einfach. Die Eins, das Zweierteam, oder? Sie sind ins Gas gerannt, die Idioten. Die sind beide erstickt, glaube ich. Na, cool. Was hat der denn noch gehabt? Oh, der hatte noch gute Ausstattung. Ich hab einen gefehlt. Hä? Ja. 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 Okay, gewonnen. Wunder, wunder, schickendinner. Hauptsache, du knallst da erst noch durch den Busch, ey. Ich wollte den gerade suchen und dann saß der da im Busch. Und hab ich erst gesehen, als ich drüber gefahren bin. Eines könnte ich noch, und dann muss ich mich fertig machen. Was sagten die Uhr? Eine Uhr? Okay. Ja, um drei wollte ich los. Ach so, okay. Also, geht noch ein bisschen. Eine gute Runde. Wenn beschränkt ist es dann vielleicht um zwei. Badzeit fahr ich ja morgen erst. Okay. Das war nur heute schon. Das war nur heute schon.